Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, LPLLogs, und heute gibt es mal wieder einen neuen Shop und zwar den Shop vom 6. Oktober 2019. Bald ist das große Live-Event von Season 10 und es geht los. Der neue Shop aktualisiert sich jetzt. Oh, der neue Skin ist endlich da. Holy, okay, komm, komm, wir schnell zur rechten Seite. Signature Shuffle. Richtig, richtig, richtig nicer Emote gefällt mir. Richtig gut, wir haben Hüpf-Lama. Auch ganz nice, wir haben die Fahrtfinderin. Schöner Skin gefällt mir sehr gut, wir haben Papierflugzeug. Riecht nicer Kleider, aber den habe ich schon zu oft gesehen, Tanzspagat. Ist auch ganz okay, wir haben Ranger, was einer der nicesten Skins ist. Das ist wirklich echt. Nice, kommen wir zur linken Seite, wir haben Rennfieber. 4.500 V-Bucks, wir haben Überholer und weiße und weiße Böe und Wirbelwind, sehr nice. Dann haben wir ja den neuen Skin erhalten, der schon so lange geleakt wird. Ruby mit dem Backbling-Rot-Alarm. Sieht richtig, richtig nice aus. Passend dazu haben wir noch die Spitzhacke, Streifenschlüssel und das Backbling. Himmelsstreifen ist auf jeden Fall ein richtig nice Set. Ich würde mir auch sehr gerne Ruby holen oder Himmelsstreifen, also das Packard soll ich sehr gerne holen. Aber ich spare aktuell auf den Battle Pass, auch hier beim Ranger Skin. Ja, ist auf jeden Fall sehr nice, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Am Montag kommt dann das neue Video online, Varro. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ciao, Leute. Ciao, ciao.